Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Risen. Wie ihr seht, also irgendwie sind wir ein bisschen woanders, als wir aufgehört haben. Und der Folgentitel verrät es wahrscheinlich auch schon. Wir befinden uns in Folge 394041. Und zwar, weil, ich muss kurz überlegen, was ich machen wollte, dann kann ich schon mal loslaufen, während ich... Ach ja, wir wollten zur Vulkanfestung gehen, genau. Und zwar hat das folgenden Grund. Ich habe Folge 3940 aufgenommen und die Dateien waren ein bisschen sehr groß, habe ich nicht drauf geachtet, habe ich nicht aufgepasst, ist super. Herr Keiler. Und ich habe die echt nicht anständig gerendert bekommen, irgendwie auch. Ai, jetzt habe ich nicht aufgepasst, ja, jetzt muss ich mir das mal wieder dran gewöhnen. Ja, das hat ein bisschen gedauert, das zu rendern, habe ich auch nicht drauf geachtet. Ich lasse halt nachts auch immer rendern, habe ich halt nicht richtig aufgepasst. Und jetzt habe ich zwei Tage, zwei ganze Tage, habe ich versucht, diese beiden Folgen hochzuladen. Zu YouTube habe ich es dann endgültig endlich mal geschafft, die hochzuladen. Aber YouTube beschwerte sich dann, dass sie die Datei nicht lesen und verarbeiten könnten und bla und hm. Bei beiden. Und dann habe ich geguckt und habe es dann nochmal probiert und habe nochmal doppelt gerendert und rumgerendert und nochmal anders gerendert. Und ich kriege die Dateigrößen von den Videos nicht unter 3 GB, ohne dass es richtig, richtig scheiße aussieht. Und deswegen habe ich beschlossen, diese beiden Folgen dann nicht hochzuladen, so leid es mir tut. Weil die unansehnlich sind, der Ton wird dann auch irgendwie ganz kacke und verpasst habt ihr auch nichts, ehrlich gesagt. Ich kann kurz rekapitulieren, was so passiert in Folge 3940. Wir laufen von Marvins Hütte aus. Jetzt muss ich das hier erstmal wieder finden. Ich glaube Marvins Hütte war hier. Genau, da laufen wir hier lang. Da bei dieser Hütte, hier sind Gnome, ganz viele. Dann hier ist eine Hängebrücke. Hier ist ein schwarzer Wolf, das weiß ich noch. Hier haben auch noch ein paar Wölfe, hier so ein paar Motten. So, dann sind hier nochmal Gnome und Skelette. Und hier bei diesem Turm, da war ich jetzt nämlich mal. Weil ich ja dachte, ha, dann haben wir die Quest fertig mit dem Ring. Pusekuchen. Da gab es einen untoten Burkern. Jetzt, das sind ganz falsche Knöpfe hier. Da gibt es einen untoten Burkern, gab es da, mit dem ich mich auch sehr lange amüsiert habe. Und der hat einen weiteren von diesen Ringen gedroppt. Von dem Vasallenring. Und man braucht sechs von diesen Vasallenringen für die Quest. Wir sind mal bescheuert jetzt nämlich. Ja, und dann habe ich mich von dem Turm aus, bin ich da wieder zu dem Vulkanfesten. Rekrutenlager. Und habe dort die Sarah auch verpetzt aus Versehen. Dass die da in der Hütte wohnt. Das wollte ich ja eigentlich, ähm... War ich mir ja noch nicht sicher, ob und wem ich davon überhaupt erzähle. Gab auf jeden Fall ein Questerfolg. Sarah aus der Wildnis retten. Und hier ist wieder eine Turmruine. Und ich glaube, ich bin jetzt im Kreis gelaufen. Das ist nämlich, äh, beziehungsweise zurückgelaufen. Das ist nämlich die Turmruine hier. Wir gucken mal. Genau. Genau, genau, genau. Ähm, halt haufenweise. Hier oben waren auch nochmal ein Haufen Wölfe. Den habe ich gezeigt, wo Bums wohnt. Ja, ich habe das Bastardschwert ein bisschen ausprobiert. Fand ich ganz geil eigentlich vom Damage her. Das fetzt ordentlich rein. Seht ihr, hier ist noch ein toter Wolf. Nicht vergessen habe zu looten. Das fetzt eigentlich richtig gut, das Schwert. Aber kriege ich selber auch sehr, sehr viel auf den Kopf. Und ich glaube, das ist hier alles falsch. Ich war auch irgendwo in der Höhle. Ja, genau. Ich fürchte, das war die. Ja. Aha. Ja, genau. Hier war ein Ghoul. Mit dem bin ich fertig geworden. Anstrengendsterweise mit viel Widerladen. Und dann waren hier oben nochmal mehrere Ghule. Mit dem bin ich auch anstrengendsterweise mit wieder meinen Schummel. Ihr wisst schon, hier unten stehen und die abschießen, während die nicht runterkommen. Habe ich sie getötet. Alle drei. Also insgesamt waren hier in dieser Höhle drei Ghule. Und in dieser Schatztruhe. Das ist zu schwierig für mich. Genau. In diese Schatztruhe konnte ich nicht reingucken. Weil das Schloss zu schwierig für mich ist. Ähm, gut. Jetzt haben wir, oh, ein gutes Stück. Von Folge 3940. Habe ich euch nochmal gezeigt jetzt quasi. Unfreiwillig. Weil ich den Weg zur Vulkanfestung falsch eingeschlagen habe. Ich glaube, wir müssen... Ja, genau. Hm, you know. Na gut, dann seht ihr das alles nochmal hier schön. Ja. Ihr seht, ich habe jetzt noch einen Helm auf. Der war in der... In der Turmruine war der drin. In einer Kiste, glaube ich. Weiß ich nicht. Kann sein. Muss aber nicht. War der auf jeden Fall irgendwo. Und deswegen besitzen wir jetzt einen Helm. Ja. Und wie gesagt, das Bastardschwert fand ich richtig, richtig gut. Damagemäßig. Aber ich habe noch mehr... Ich schwere mich ja schon immer, wie viele ich auf den Kopf kriege. Ähm. Aber ich habe noch mehr bekommen. Weil so richtig blocken ist halt gegen viele Gegner auch nicht drin. Und da muss er halt ausweichen wie die Sau. Und da bin ich zu schlecht drin. Und... Deswegen bin ich wieder auf Schwert und Schild gewechselt. Auch wenn es langweilig ist. Und keinen Damage macht. Also macht er ja schon nicht schlecht Damage. Oh. Ja. Hier war alles voller Gnome. Ich gucke nochmal. Ich weiß es gerade gar nicht mehr. Ja. Auf jeden Fall. Dieses ganze Gekämpfe. Und dann habe ich hier... Ihr seht... Ich habe kaum noch was zum Heilen irgendwie. Was wollte ich denn jetzt nachgucken, während ich laufe? Ähm. Ja. Genau. Ich wollte nämlich eigentlich nicht die Kamera mit der Maus drehen müssen. Weil dann die Dings weg geht. Die Gepäck. Gibt es nie lang. Ostküste. Wollen wir dann mal lang gucken gehen? Wollen wir mal wie Story vorantreiben. Oh. Guck mal hier. Motten wieder. Ohne Ende Motten. Hm. Machen wir? Wollen wir nicht. Machen wir? Kommen wir da rum auch zum Dings? Ne. Kommen wir nicht. Hier ist wieder See und alles. Ne. Wir müssen den anständigen Weg nehmen zur Vulkanwestern. Ne. Wir gehen mal erstmal zur Vulkanwestung jetzt. Also wir müssen ja die Story ein bisschen weiter treiben. Was wollte ich denn jetzt gucken? Ach genau. Wo sind sie denn? Sind hier gar nicht. Da. Neun Werkzeugbeutel haben wir inzwischen. Von. Ihr wisst es. 15. Die wir brauchen. Für den Schmied in der Küstenstadt. Von den Goblins erobert. Gnomen. Verzeihung. Ja. Ist ein bisschen schade, dass die Folgen jetzt quasi für euch nicht erreichbar sind. Aber. Das war wirklich. Äh. Ein Krampf. Ein Krampf. Und dann dachte ich. Naja gut. Jetzt hier. Hab das einmal. Hab ich ja eine auf zwei Gigabyte runtergepumpt. Aber die sah dann. Furchtbar aus. Und. Dafür dann irgendwie. Wieder eine Milliarde Stunden. Ähm. Hochladen. Dafür dass ihr mir dann im Endeffekt wirklich nur 25 Minuten dabei zuguckt. Wie ich. Furchtbar aufs Maul kriege. Ich glaube die Folge habe ich auch schon benannt. Die hieß dann. Den ganzen Tag nur auf die Fresse. Weil ich so vertrimmt worden bin zum Teil. Also da war dann. Hab ich dann. Oh. Minze. Da habe ich mich mit drei Gnomen geprügelt. Und dann kamen noch zwei Skelette dazu. Und dann habe ich die über die. Ne. Die ist falsch. Hier waren wir gar nicht lang. Ist hier korrekt. Hier ist gut. Und dann habe ich die zu der Brücke gekitet. Und dann stundenlang da gestanden. Und dann bin ich doch wieder gestorben. Und dann haben wir das nochmal von vorne gemacht. Und boah. Ja. Ich war dann am Ende auch. Ein bisschen. Nicht mehr so gut drauf. Ihr kennt das ja. Wenn ich nicht so gut bin. Ähm. Wenn mir das auf den Zünder geht. Alles. Oder wenn ich in. Äh. Hearthstone sag ich schon. Machen wir ja gar keine Videos von. Ähm. Wenn ich in Heroes of the Storm verliere. Dann bin ich ja auch in einer Weile nicht mehr so gut drauf. Und ja. Das war in dem Fall dann auch der Fall. Und dann haben wir ja auch. Ausgemacht. Zum Glück. Das ist. Das tut mir dann immer ganz gut. Jetzt habe ich ein paar Tage halt Risen Pause gehabt. Hier machen wir es schon mal. Ich habe ein paar Tage Risen Pause gemacht. Und jetzt habe ich ja wieder Bock. Vor allem habe ich auch Bock jetzt die Story weiterzutreiben. Ein bisschen. Jetzt muss ich gucken. Ist das hier. Hier ist die Kreuzung. Autosave. Okay. Nett. Ähm. Hier ist angeblich die Kreuzung. Aber. Äh. Jetzt nicht. Muss ich doch hier oben rum. Inakkurat gezeichnet. Antikarte, würde ich sagen. Ja. Ich werde jetzt auch. Also es war ja komisch. Ich musste ja einmal. Wo war das? Folge 21 ging ja schon problematisch zu rendern. Folge 35 war ja schon komisch. Irgendwie auch nochmal. Und da geht es zur Vulkanfestung. Das habe ich aber auch nur bei Risen. Bei den anderen Spielen auch Modus Schatten und alles. Pff. Keine Probleme. Keine Probleme. Deswegen. Ich werde jetzt auch die, ähm. Hallos dein. Hey du. Sei vorsichtig, wenn du hier herumläufst. Das Gebiet ist noch nicht gesichert. Ich pass schon auf. Du bist ein ganz harter Kerl, was? Pass auf. Mir ist egal, was du hier machst oder zu wem du gehörst. Aber dir sollte eins klar sein. Was zwischen euch Banditen und dem Orden läuft, geht mich nichts an. Solange du keinen Ärger veranstaltest, kriegst du auch keinen. Äh. Okay. Was weißt du über dieses Gebiet? Der Bauernhof ist fest in unserer Hand. Hier ist das zentrale Lager. Ein Lager? Für was? Für alle Truppen, die sich draußen aufhalten. Außerdem gibt es hier zwei Ruinen. Die eine hier unterhalb des Hofes und die andere ist weiter oben. Okay. Äh. Ja. Erzähl mir mehr über die Ruinen. Welche Normen machen alles? Mit welchen Gefahren muss ich rechnen? Monster. Haufenweise Monster. Sie kommen aus den Ruinen und verbreiten sich überall. Mhm. Erzähl mir mehr über die Ruinen. Das ist nicht mein Ding. Ich pass hier nur auf. Wenn du mehr wissen willst, sprich mit Severin. Okay. Ich sagte, wir reden über alles mit ihm. Hast du erlebt, wie die Ruinen aus dem Boden gekommen sind? Ich hab's nicht gesehen, aber viel darüber gehört. Es fing an mit einem Erdbeam und dann brach überall auf der Insel die Erde auf. Und die Ruinen kam ganz Tageslicht. So, haben wir wieder einen Nautilus-Zauber, der hat mehr Wert als die 10 Gold hier in der Tasche hat. Und können wir eventuell sogar für irgendwas benutzen. Wollen wir mal gucken gehen? Wir gehen mal schmulen, wa? Also ich hab auch festgestellt, dass einige Kämpfe, zum Beispiel mit diesem untoten Burkhern, soweit sind wir eigentlich noch nicht. Das war... Den hab ich dann am Ende mit ein bisschen mehr Glück als Verstand getötet. Deswegen hab ich dann auch beschlossen, für uns, ach guck mal, dass wir erstmal zur Vulkanfestung gehen, bevor wir uns noch weiter auf irgendwelche Kämpfe einlassen. Machen halt ein bisschen Quests, ein bisschen Lernpunkte noch. Dass wir vielleicht die nächste Stufe Schwertkampf oder ein bisschen mehr Stärke... Au! Au, jetzt hab ich mich erschrocken. Gut. Mhm. Hab ich einen richtigen Schreck gekriegt. Huh. Schüttelt's mich. Ja. Mhm. Mhm. Okay, aber. Wir haben eben gerade einen Nautilus-Zauberspruch geklaut. Der Nautilus-Zauberspruch ermöglicht es dir, durch kleine Löcher zu kriechen. Ähm. Ne? Verdächtig? Ich finde schon. Gut. Haben wir so viel nicht rückgängig machen müssen? Ja. Ihr kennt das ja von mir. Häufiges laden und speichern. Ist in Risen mein bester Freund. So. Gibt's hier kleine Löcher zum Durchkriechen? Wollte nicht. Oh, da hab ich auch einen richtigen Schreck gekriegt, ey. So. Ist jetzt... Wenn ich jetzt... Äh. Wir probieren's. Ne. Das ist falsch. Dahinter ist was. Ach. Du schande Panzergrille. Ist jetzt die Falle deaktiviert. Das wäre schön zu wissen. Oder andersrum. Vielleicht hilft mir ja die Falle bei der Panzergrille. Mal gucken. Die Falle ist deaktiviert. Oder die Panzergrille ist zu leicht. Okay. Ach ja, stimmt. Ich hab ja jetzt die Seitwärtsschläge. Muss ich mal gucken, wie ich damit umgehe. Na komm, mach schon, ey. Okay. Ich bin gerade nicht schlüssig, wozu ich die Seitwärtsschläge mache. Au. War das ein vierter Schlag? Mann, oh. Au, au, au. Au, au. Au. Und dass die auch immer den Dings blocken muss. Den letzten Schlag. Guck mal, hier ist ein Schalt. Oder auch nicht. Okay. Panzergrille. Das ist auch geil, ey. Der übelste Fall. Flügelstaub für 15. So, ich hoffe. Das gibt's doch nicht. Was ist denn jetzt hier los? Toll. Und ich hab nicht gespeichert, ne? Oh, Trottel, ey. Trottel. Meine Güte. Loh. Was ihr schon wieder völlig bekloppt. Mann, Mann, Mann. Ja, gut. Dann, äh, komm, ey. Oder? Wollen wir? Nee, jetzt. Nee. Nee. Halt. Reiselust. Ja, ich würde auch gerne mal... Ich hab jetzt auch ziemlich viele Reiselüste schon in der Tasche. Weil ich ja immer noch die Hoffnung hab und Ruidenschierlinge, die ja auch ganz... Oh, sag gerade aus, jetzt wird da eine Schlange liegen. Die ja auch eigentlich ganz nützlich sind, aber ich hoffe... Äh, ich hoffe ja immer noch, dass wir mal irgendwie ein Getränk lernen, damit, dass die verstärkt sind. Ne? Ich mein, Gold genug hätten wir, um irgendwelche Getränke zu lernen und... Voller Kristall. Könnte ich nix mehr machen, okay. Ah, Gold genug hätten wir ja, um Getränke zu lernen und auch noch Mats dazu zu kaufen, wenn wir noch Wein brauchen oder Fläschchen. Wäre ja Wurst. Hier ist ja gar nix los. Ich dachte, wäre ein nicht gesichertes Gebiet. So, bevor wir dann mit den Leuten reden, speichern wir mal wieder. Baumstumpf. Hallo. Barry. Hi. Hi. Du bist Novize, oder? Ja, das stimmt. Noch bin ich Novize. Hört sich so an, als würde sich das bald ändern. Das hier ist meine letzte Prüfung. Sobald ich die Pflanzen für Meister Abrax habe, werde ich Magier. Lasst mich raten, wer die Pflanzen sammeln soll. Wer ist Meister Abrax? Ein Magier oben aus der Vulkanfestung. Er ist der letzte, dessen Prüfung ich bestehen muss. War gar nicht so leicht, ihn zu finden. Wieso? Na, weil er sich nie blicken lässt. Er hat sich in sein Labor verkrochen und verlässt es nie. Komischer Kauz. Was ist das für eine Prüfung? Ich soll ihm Pflanzen besorgen, hier aus dem Wald. Ja, das ist natürlich eine Überreichung. Das muss ich schon alleine machen. Trotzdem danke für das Angebot. Öh, okay, geil, cool. Ha, oder auch nicht. Also wir haben ja alles mögliche am Blumen dabei. Hätten wir auch machen können. Hallo, bist du auf dem Weg in die Vulkanfestung? Sehe ich so aus. Was machst du hier? Ich bin losgeschickt worden, Pflanzen zu sagen. Ach, guck mal. Aber ich ruhe mich erst mal aus. Kann ich dir helfen? Du darfst mir nicht helfen. Das ist nämlich für die Prüfung von Meister Abrax. Außerdem hilft Barry mir. Das reicht. Aha, so, so. Und du willst meine Hilfe, Rekrut. Ach nee, du heißt nur Rekrut. Du willst nichts. Du willst lieber hauen, wa? Guck mal, Schweinis. Bruce, hier kommt Brucey. Oh, was ist denn hier los? Guck mal, wie viele Motten. Äh, widerlich. Schweinescheiße, überall Schweinescheiße. Ich krieg hier noch Brechreiz. Der ist aber gut drauf. Was ist denn los? Hey, Mann, hier schwirren überall die Grabmotten rum. Solange kann ich die Schweine nicht aus den Augen lassen. Die Grabmotten fressen Schweine? Sie fressen Aas. Und wenn's sein muss, töten sie halt irgendwas. Und da unsere Schweine nicht gerade wehrhaft sind, stehen sie ganz oben auf dem Speiseplan der Grabmotten. Ja, gute. Ich werd mich um deine Grabmotten kümmern. Mach schnell. Dann muss ich nicht länger auf die Schweine hier aufpassen. Ich kann ihren Gestank nicht mehr lange ertragen. Du tust mir aber leid, Brucey. Ja, gute. Ja, gute. Ja, gute. Dann, äh, machen wir das doch. So. Hops. Komm. Nee. Erstmal schießen. Zack. Hm, toll. Soviel zu meinem tollen Plan. Ich wollt' eigentlich erstmal nur... Ui. Ui, ui, ui. Not me einkreisen, bitte. Da hatte ich in Folge 40, habe ich auch mich furchtbar drüber aufgeregt, wie die an einkreisen, je. Da hatte ich vier Wölfe irgendwie und... Irgendwer war immer hinter mir. Hm. Okay, die sind ja nun... Das sind jetzt keine herkömmlichen... Aua. Äh. Die sind ein bisschen leichter als die anderen, die wir so kennen. Beziehungsweise werden wahrscheinlich einfach so welche sein, wie ziemlich am Anfang. Ja, na, wenn man noch drüber nachdenkt. Wir hätten ja auch anstatt zum... Banditenlager hätten wir auch hierher gehen können. Da hätte man ja auch fertig werden müssen mit denen. Die waren jetzt nicht so gefährlich. Was ist denn das hier? Oh, krass. Okay, ja, für die verschwenden wir jetzt keine Pfeile, ja. Ui. Da dachte ich, ich wär schon dichter dran. So, zwei noch. Zack, zack, zack. Hau mich mal. So. Und eine noch. Wir looten erstmal. Nicht, dass wir's vergessen wieder, wie bei dem Wolf vorhin. So, letzte Grabmodel. Wartet mal. Mist, jetzt hab ich's schon gepullt. Ja, jetzt ist sie wieder weg. Sehr gut, ich wollte euch nämlich nochmal... Ich weiß jetzt gerade nicht, ob wir es in 38 schon mal ausprobiert haben. Warum fehlt uns denn jetzt Stärke? Ach genau, ich hab das Stärke-Ammolett ausgezogen. Für das Geschicklichkeit-Ammolett. Weil ich mehr Bogenkämpfern wollte, aber... ...kommt einfach nicht so richtig. Deswegen zieh ich jetzt das Stärke-Ammolett wieder an. Und das war das falsche Amulett. Perlenkette. Oh, ich hab ne Perlenkette. Ach, und den Schwertkampfring... ... den Schwertkampfring hab ich auch angezogen. Weil ich den vierten Schwerkampf ausprobieren wollte, genau. Aber die Seitwärtsschläge finde ich irgendwie unspannend. Au. So, ihr seht, das macht ein bisschen sehr viel mehr Damage. Aber dafür... Ja, es ist halt auch Block nicht so leicht. Ach, guck mal, hier ist der andere Tempel. Wir speichern mal. Nicht wieder speichern vergessen und gehen mal gucken. Wir gehen einfach erstmal gucken und dann... ... werden wir schon sehen. Guck mal hier. Ja, Truhe schon mal. Zack. Nicht mal abgeschlossen. Nice. Gib alles her. So, was ist hier los? Oh. Grabmotte. Ich hab noch... Äh, Grabmotte sag ich schon. Panzergrille. Ich hab noch gar nicht ausprobiert, ob die... Das gibt's ja nicht. Ob ich die mit dem Schwert blocken kann. Kann ich. Nice. Ja. Die blockt aber immer. Die scheint da nicht aus dem Eingang rauszukommen. Das ist nicht schlecht. Mist. Ah, jetzt ist sie. Oh, aber der Angriff, der meine Verteidigung durchbricht... ... der hat keinen Folgeangriff anscheinend. So, einmal ausgewichen. Nice. Ei. Oh, das lief ja eigentlich besser als mit dem Schild, glaube ich, ein bisschen. Weil es mehr Damage macht. Cool. Ja, muss ich vielleicht, äh... ... je nach Gegner, Anzahl und Art variieren, ob ich... ... Schwert und Schild oder... ... Bastardschwert nehme. Oh, was ist denn da los? Voll der Skorpion. Oh, krass. Wollen wir den mal gucken? Wir gucken den mal. Auch wenn uns das wahrscheinlich wieder den Tod bringt. Eiei, habt ihr gesehen? Er hat überhaupt keinen Damage gemacht. Oh, die Blume zu futtern bringt auch überhaupt kein Leben mehr. Und da ist er weg. Ja, ich glaube, den lassen wir mal noch in Ruhe. Das war ja wirklich... Ho. Ne, 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 ne. Ho. Knöme. Knöme. Oh, aber der Blick auf die Uhr verrät mir, mit den Gnomen kämpfen wir beim nächsten Mal. Wenn es wieder heißt, let's play Risen. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Und tschüßli müßli. Ihr bautillar mich bei euch, wenn du gar nicht mehr mats resonates. In den Gnomen. Tschüßlazu. Ich bedanke mich bei euch. tuneゆәings bei euch. Und da welche könnten da.